So, und heute kann ich noch zu uns, den 21. Der berühmte Namens-Vermannschaft hier, unser Gehaltswaffe, von Toulon, Cento, Fino und Lord. Ich hab dieser jungen Mann ab, der 21. Mai geboren. Der Vater Toulon von Natenreka, der selbst international erfolgreich gewesen ist, unter Hubert Bonini. Ich bin sehr froh, dass ich allerbeste, dass wir im Spiel vergabern. Ich bin sehr froh, sehr froh, sehr froh. Nach dem Jahr war ich immer wieder wunderbar reist. Herr Delo, die Mutter, die sich hier ganz frisch präsentiert, auf dem Spielplatz im Weg ist, der Stadtrat von Rosa, dem Cento. Die Mutter war selbst, das ist erfolgreich. Und dann haben wir das ganze abgerundet durch die großartigen Puppe, Friede und Lord. Rollsteiner Mutterstadt, die zahlreiche Besserfolgreiche. Da haben wir zum Beispiel von Charles Casanova, der Pantago-Sohn, der drei Marken als hoherfolgreich, wie von Jovi, das ist erfolgreich, und von Ordo Marken, das ist erfolgreich. Diese drei stammen aus der Urgroßmutter, also aus direkt nach der Linie. stellung der Fahrer für die Szene und die Abenen. Das ist erfolgreich. Ja, für Zug zum Sport ist gleich ein Maße interessantes Top Gun E28 von Toulon und Cento. Das war's für heute. So, eine Nabel auf das Finale bildete 29 Fokkehörn.